Ey, das Spiel ist nicht fertig. Nichts versteckt. Ich denke, dass die Eltern weg sind, da sie den nicht respektiert haben oder schlecht behandelt. Das Kind hat ihm halt ein Geschenk angeboten, was wahrscheinlich das sein wird. Mit dem Honig. Ich habe jetzt die Entschlüssel für das nächste Stockwerk. Aber uns fehlt immer noch eine Ersatzsicherung. Oh, come on. Schauen wir uns erstmal die Bias an. Mit dem Honig ist. Das Kind geklaut. Jetzt ist ein anderes Kind da gelassen. So viele Bilder habe ich da noch gar nicht reingetan. Okay, der Kobold ist ja ein Gestaltenwandler. Wissen wir ja alle. Darum ist er nämlich auch als Kind erschienen. Ja, genau. Das ist der Eingang. Das muss der Keller sein. Das weiß ich noch nicht. Okay, das ist eine Videoaufnahme. Von den drei Räumen. Von den drei Räumen. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Obwohl der eigentlich runtergefallen ist. Irgendjemand muss sich aufgehängt haben. Okay, erklärt das aber. Ich habe leider keinen Ton, keine Lautstärke. Nichts. Ich weiß noch nicht wie ich das zusammenschneide. Ob ich Sachen rausnehme. Oder ob man das drin lässt. Wenn jetzt zum Beispiel nichts passiert. Interessant passiert noch was. Oder nicht. Noch habe ich die Kreide verloren. Was ist die Kreide? Okay, Kreide ist anscheinend wichtig. Ich kann sie mitnehmen. Okay. Ich habe eine Rune gemalt. Ich nehme die Kreide mit. Da ist ja anscheinend doch was. Wichtiges ist. Warum mache ich eigentlich Licht an? Okay. Hier geht wieder. Geht hier Licht? Nee. Okay. Okay. Wir gehen weiter. Okay. Das war doch jetzt kurz mal ein Jumpscare. Leichter. Das war 1975. Okay. Okay. Das ist auf Englisch. Okay. Dann kann ich nicht mitnehmen. Was ist das? Tja, das war das Gegengeschenk von dem Kobold. Okay.